Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Verkackter Automaten nimmt keine EC-Karten an und das ist mein letzter 5-Euro-Schein. Ich muss dringend weiterkommen. Wie wäre es, wenn Sie meinen Schein nehmen und mir gleich ein Ticket mitkaufen würden? Wäre doch sinnvoll, oder? Ja, wenn er den annimmt. Behalten Sie ihn. Ähm, danke. Mein Name ist Julia. Hey, ich bin Marc. Schön, sehr schön. Ich muss jetzt leider den Zug nehmen, sonst komme ich zu spät zu meinem Kino. Ich würde mitkommen, ich muss eh zu meinem Vater ins Büro fahren. Alles klar. Was ist das? Das war's für heute. Das war's für heute. Was ist los? Es ist nur... Ich hab vor den Tunneln ein wenig Angst. Wieso denn Angst? Ich... Ich hab davon geträumt, dass... düstere Gestalten mich fertig machen wollen. Innerhalb eines Zuges. Diese Bilder bekomme ich einfach nicht aus meinem Kopf. Guten Tag, die Fahrscheine bitte. Was ist? Siehst du sie nicht? Wen? Die... Die dunkel gekleideten Typen. Da hinten. Alles gut. Es ist alles gut. Es ist doch nur der Kontrolleur. Nächster Halt. Mühlberg. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Die Fahrscheine bitte. Alles okay bei dir? Scheiße. Was war das denn? Gutfellers? Die... 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 Die Fahrten der Bahn? Ich... Ich fahr nicht gern mit der Bahn. Die... Warte... Ich muss eben Platz ausschleißen. Lustig. Wie wusste gar nicht, dass du die gleiche Station hast wie ich? Ja. Ziemlich düstere Ecke hier. Sag das nicht. Das in der Bahn war schon Horror genug für mich. Was ist? Kommst du? Julia! 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 Julia!